Bald darf man nicht mehr mit Holz heizen und auch Pelletheizungen sind jetzt auf der Verbotsliste. Ab 2024 ist der Einbau fossiler Heizungen verboten. Erst war es Gas- und Ölheizungen und bislang ging man immer davon aus, dass Holz als nachwachsender Rohstoff davon ausgenommen wurde und dass dieser nicht darunter fällt. Aber Pustekuchen. Im neuen Gebäudeenergiegesetz, GEG, wird der Einbau von Holzheizungen und Pelletheizungen in Neubauten verboten. Ja, du hörst richtig. Es gibt aber Ausnahmen und all das heute in einem neuen, extrem spannenden Video. Finanzielle Intelligenz. Mein Name ist Marc Friedrich von der Honorarberatung Friedrich und Partner Vermögenssicherung. Das Bundeskabinett hat den Entwurf eines Gebäudeenergiegesetzes verabschiedet. Biomasseheizungen im Neubau, also auf Basis von Holz in Form von Pellets, Hackschnitzeln und Scheitholz, sollen zur Erfüllung des 65%-Zieles von erneuerbaren Energien im Heizungsbereich verboten werden. Ja, du hörst richtig. Für den Heizungstausch im Bestand bleibt Holz als Rohstoff zulässig. Allerdings nur in Kombination mit einer Solaranlage, Pufferspeicher und dem Einbau staubmindernder Techniken. Im Neubau wird damit die Zentralheizung mit Holz oder Pellets komplett verboten und im Bestand erheblich verteuert und erschwert. Und das sind wichtige Nachrichten, denn viele Menschen in Deutschland heizen mit Holz und leben sogar von der Produktion von Brennholz. Und das schauen wir uns jetzt mal alles genauer an. Also Fakt ist, der Einbau einer Holzheizung, einer Pelletheizung soll zukünftig nur noch erlaubt sein, wenn die Holzheizung mit einer Solaranlage für die Warmwasserbereitung, also Solathermie oder Photovoltaik kombiniert wird. Außerdem muss die Anlage mit einem teuren Staubfilter ausgestattet werden. Nach dem Bundeskabinett müssen auch noch Bundestag und Bundesrat dem Gesetzentwurf jetzt zustimmen. Und das soll alles noch vor der Sommerpause natürlich geschehen, damit das neue GEG, Gebäudeenergiegesetz, Anfang 2024 dann auch in Kraft treten kann. Änderungen an den Gesetzesplänen sind also noch möglich, aber ob sie passieren, wir werden es sehen. Die Pflicht entfällt zumindest für Niedrig- und Brennwertkessel und für selbstnutzende Eigentümer, die bereits seit 2002 in ihrem Eigentum wohnen. Heizungen dürfen außerdem auch repariert werden. Die Tauschpflicht greift aber erst, wenn der Heizkessel wegen eines Defekts komplett ausgetauscht werden muss. Für fossile Heizungen gibt es jetzt schon ein fixes Enddatum. Heizkessel dürfen nur noch bis zum 31.12.2044 mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Also, bis dahin gibt es die Grünen wahrscheinlich schon lange nicht mehr. Gaskessel sind danach nur noch möglich, wenn sie zu 100% mit grünen Gasen betrieben werden. Bei einem Heizungstausch müssen ab 2024 mindestens diese 65% erneuerbare Energien eingebunden werden. Ausnahmen soll es natürlich für Eigentümer geben, die älter als 80 Jahre sind. In diesen Fällen greift die Pflicht erst, wenn das Haus vererbt oder verkauft wird. Da freut man sich richtig dann. Mit der Diskriminierung der erneuerbaren Holzenergie gefährdet die Bundesregierung die nachhaltige Waldpflege in Deutschland. Das sagt Irene Selling, Hauptgeschäftsführerin der Waldeigentümer in Deutschland. Und derzeit stammen zwei Drittel der erneuerbaren Wärme Heizlande aus Holz. Für die Waldeigentümer ist die Vermarktung von Restholz, das nicht höherwertiger ist, also zum Beispiel, das dann verwendet werden kann für Möbel und so weiter, als essentiell. Brennholz ist eine wichtige Einnahmequelle, um den klimaresilenten Waldumbau auch zu finanzieren. Holzenergie ist nicht nur klimafreundlich, bezahlbar und nachhaltig, sondern hat sogar ein hohes CO2-Einsparpotenzial. Denn mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz können andere fossile Energieträger wie Erdöl oder Gas natürlich ersetzt werden. Dramatisch ist vor allem, dass Pelletheizungen, die in den letzten Jahren einen regelrechten Boom erlebt haben, jetzt auf einmal nicht mehr erlaubt sind. Pelletheizungen waren beliebt. Warum? Sie waren im Betrieb kostengünstig. 600.000 Pellet-Kesseln gibt es momentan in Deutschland. Tendenz war in den letzten Jahren stark steigend. Und Deutschland war sogar Selbstversorger bei Pellets. Also es wurde kein teurer und CO2-intensiver Transport benötigt von irgendwie Hackschnitzeln, irgendwie aus Skandinavien oder irgendwo anders her aus der Welt. Wenn du immer zeitnah über interessante Entwicklungen informiert werden möchtest, dann lass doch jetzt ein Abo da und aktiviere auch die Glocke. Dann bekommst du immer eine Nachricht, sobald ein neues, wichtiges, essentielles Video online geht. Ich freue mich und wenn dir der Kanal gefällt und du mich unterstützen möchtest, dann empfehle mich gerne weiter oder du kannst auch Kanalmitglied werden. Schauen wir uns mal die Brennholzindustrie an. Letztes Jahr wurden 23 Millionen Kubikmeter Brennholz in Deutschland produziert. Verrottet dieses Holz im Wald, wird die gleiche Menge CO2 freigesetzt wie beim Heizen. Also kein Merkewern. Egal, ob es verrottet oder dann eben im Kaminofen vor sich hin schnürkelt. In vielen Fällen darf ein Waldbesitzer aber in Zukunft Energieholz aus einem eigenen Wald nicht mehr zur Beheizung seines eigenen Hauses verwenden. So Josef Ziegler, der Präsident des Bayerischen Waldbesitzerverbandes, als erste Reaktion auf diesen Beschluss. In Bayern trifft es allein 500.000 Waldbesitzerfamilien. In Deutschland sind es insgesamt 2 Millionen Menschen und Privatleute, die einen Wald besitzen. Insgesamt arbeiten in Deutschland 648.000 Menschen direkt in der Holzwirtschaft. Der Waldbesitzerverband sagt, das Ganze sei sogar klimaschädlich. In Zukunft entsteht das CO2 im Wald durch natürliche Verrottung. Dieser Gesetzentwurf verlangsamt die Anpassung unserer Wälder an ein wärmeres Klima. Ein ganz schlimmer Vorschlag im Hinblick auf den Klimaschutz. Genauso wie bei der Energiewende und dem Atomausstieg ist der Klimaschutz wohl doch nicht die Prior 1. Fakt ist, Holz ist der älteste Brennstoff der Menschheit. Brennholz hat als nachwachsender Rohstoff gegenüber fossilen Energieträgern, egal ob Erdöl, Kohle oder Erdgas, den unschlagbaren Vorteil, dass es CO2-neutral ist. Denn wenn es verbrennt, setzt es die gleiche Menge an Kohlendioxid frei, die der Baum während der Wachstumsphase der Luft entzogen hat. Jeder Viertelhaushalt in Deutschland nutzt Holz zum Heizen. Deutschlandweit gibt es etwa 14 Millionen Kamine, Kachelöfen und etwa eine Million Holzzentralheizungen. Gut 75 Prozent der erzeugten Wärme aus neubaren Energien werden mit Holz erzeugt. Holz hat den unschlagbaren Vorteil, dass es nachwächst und klimaneutral ist. Aber auch, dass es eine kuschelige und eine archaische Wärme ist, die der Mensch irgendwie seit jeher kennt und die einem vertraut ist. Ihr kennt das bestimmt, wenn das Feuer so bratzelt am Lagerfeuer oder im Kamin, dass man wie hypnotisiert reinschaut und wegdämmert. Ja, das ist wahrscheinlich, weil es die Menschheit seit jeher, seit Generationen hat, um sich in der Höhle oder draußen ein Steak zu grillen oder zu wärmen. Und die Alternative sollen natürlich Wärmepumpen sein. Wärmepumpen, die erst nach 18 Jahren sich amortisieren in der Anschaffung und die wahrscheinlich klimaschädlicher sind, als uns weiß gemacht wird. Auch dazu wird es ein extra Video geben. Im Parallel können viele die Wärmepumpen gar nicht sich leisten, beziehungsweise es gibt überhaupt keine Heizungsinstallateure. Denn es fehlen 60.000 Heizungsinstallateure, um die Wärmepumpen, die jetzt durch die Politik ja durchgepresst werden, zu installieren. Aber wer die Wärmepumpe nicht installiert, muss mit Strafen rechnen von bis zu 50.000 Euro. Pfff. Ja, ich kann nur nochmal Cicero zitieren, der gesagt hat, umso näher das Ende eines Imperiums rückt, umso verrückter werden seine Gesetze. Anschein hat aber auch Shakespeare recht, der gesagt hat, das ist die Seuche unserer Zeit, Verrückte führen Blinde. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Wie heizt du? Planst du eine Wärmepumpe einzubauen? Hast du das Geld dafür? Oder musst du einen Kredit aufnehmen und dafür teuer Zinsen zahlen? Wer von euch heizt mit Holz? Wer hat einen eigenen Wald? All das sind wichtige Fragen. Und glücklich ist der, der vielleicht einen Altbestand noch hat. Aber wer sagt denn, dass die Politik nicht irgendwann sagt, ja, um die Klimakatastrophe zu verhindern, müssen wir vielleicht auch Holz generell verbieten. Und dann muss man den Kaminofen eben rausreißen. Fakt ist, das archaisste Brennmittel, das die Menschheit kennt, das Feuer, wird den Menschen jetzt genommen. Und die Begründung ist fadenscheinig. Und ich bin auf dein Feedback natürlich gespannt. Und ich muss ganz klar sagen, wegen Holz, wegen der Holzindustrie, wegen Brennholz, wegen Kaminofen, wegen Feuer, sind wir da, wo wir sind. Ohne Feuer würden wir nicht hier stehen, hätten Licht und Technik und Strom und hätten uns nicht weiterentwickelt. Das unterscheidet uns ganz klar von Tieren. Und aus dem Grund ist die Welt besser, dank dem Feuer, dank der Entdeckung des Feuers. Und ist die Welt besser und wird immer besser, als wir glauben. Herzlichst, euer Marc.